UNTERTITELUNG Ja, wir machen die Ausbildung und warten auf Befehle. Oh Mann! Zerstöre die Kultur eines Volkes und es ist, als hätte es nie existiert. Wir kriegen Besuch! Frank, wir müssen hier weg! Genau das will Hitler erreichen. Und deshalb dürfen wir das nicht zulassen. Wir dürfen ein paar Nazis erschießen. Ihr seid jetzt dafür verantwortlich. Ich hab noch nie auf jemanden geschossen. Denn der haut ab! Er wollte es wirklich alles haben. Holen wir es besser zurück. Was ist los? Ich glaube, ich bin auf eine Landmine getreten. Warum machst du sowas? Was ist los? Unser Lieutenant hier ist wohl auf eine scharfe Landmine getreten. Warum machst du sowas? Ihr verbringt offensichtlich zu viel Zeit miteinander. Yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Untertitelung des ZDF, 2020